Guck mal, guck mal hier. Ich habe hier so einen Stickkäfer gefunden, der krabbelt hier auf meinen Rucksack hier rum. Also der, der wie so ein Stock aussieht. Das habe ich in Feuer und Natur, glaube ich, noch nie gesehen. Voll geil. Wusstet ihr gar nicht, dass es die hier gibt? Die sind voll interessant. Das sind Sizilische Insekten. Die sind voll geil. Die sind voll dünn und so. Die sind, das ist genauso ein Lauch wie ich damals. Weißt du noch? Ja, Mann, Alter. Du hast mich als Lauch ja gar nicht kennengelernt früher. Aber ich habe Fotos gesehen. Ja, genau. Aber so sah es damals aus. Hier vorne ist noch so ein laufender Stock. Und hier vorne ist noch so ein laufender Stock. Hier ist eine richtige laufende Stockplage. Cool. Hier hinterher haben wir gepennt. Und wir stehen gerade mit dieser Aussicht hier aus. Auf. Genau.